ja na los nö, schweig er mich, nö, weg mich am Arsch bleib steh interessiert mich doch nicht, oh verdammt das nicht dann haltest du am Auto, ist mir doch egal, egal wo, so, nimm mir den in den Mund nein ooooh geh sie bitte weg, lasst du sie nicht das machst du sehr gut haha na los, das ist dafür, dass du vorhin von uns geflohen bist nö, das nicht gleiche Regel für dich nimm ihn in den Mund ja 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 dann ist das hier eine safe zone, ich darf sie keine ausrauben, ne aber sie machen das auch ne, hau ihn nur um, wir rauben nicht aus dann, nein, 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 nein dann sind sie ein ganz schlechtes Vorbild ja das darf man auch nicht das ist illegal ja das ist illegal oh yes oh yes oh yes sehr illegal ja ein ziemlich böser Mann sehr sehr gut ich hoffe es Mensch, hat das schon mal einer mit dir gemacht eigentlich oh danke ey Dichser ach so ach so ach so ausrauben darf man ja nicht am ok, warte mal das ist ja ein Karma ich würde Dich jetzt nicht ausrauben, du hast eine Kugel im Kopf ich will aber auch ich will aber auch nö, das das ist ja nicht gerecht das ist ja nene das ist doch ungerecht ich hätte die Knarre und Du nicht ja ne dann möchte ich Dich auch mal ausrauben ja das geht aber auch mit mit dir Spielchen spielen du hast doch gegenseitigkeit hier hast du noch nicht genug oder was? na los, komm her du willst noch mehr Spielchen? ne ich komme mal zu zweit pass auf du dem gefallen tut mir doch ja komm bleib hier da tut mir weh das tut mir weh wenn das nicht ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.